Hey, du suchst eine Lehrstelle? Sehr gut! Aber bevor du dich auf eine Lehrstelle bewirbst, haben wir noch ein paar Tipps für dich. Kennst du deine Stärken? Informier dich über verschiedene Preufe, damit du sie miteinander vergleichen kannst. Hast du Interesse an Abwechslung und Verantwortung? Informier dich auch, was für Anforderungen der Preu stellt. Mach dich schlau, was für Bewerbungsunterlagen verlangt werden. Geh auf justi.ca, wähl dir Lehrstelle aus oder dich gerne wirst bewerben. Gib alle deine persönlichen Daten fällefrei ein und lad deine Unterlagen vom PC ins Bewerbungsdolue. Bei den Bewerbungsunterlagen ist folgendes wichtig. Schreib, warum du der richtige Kandidat bist. Nimm keine Standardbewerbung. Für die Bewerbung lässt du am besten das professionelles Foto machen. Alle Oberstufenzeugnisse müssen vollständig und in der richtigen Reihenfolge hochgeladen sein. Drei Seiten nicht vergessen. Wenn du nur mehr Dokumente hast, wie zum Beispiel Titelblatt, Bewertungen, Sprachdiplom oder Prüfchecks, darfst du dir natürlich auch laden. Während deine Schnuppenlern machst du allenfalls noch einen justi Prüfcheck. Du hast nicht alle Dokumente miteinander oder musst deine Arbeit unterbrechen. Das ist kein Problem. Du kannst einfach speichern und jederzeit daran weiterarbeiten. Übrigens, du kannst eine Bewerbung über das Tool einer Person deiner Wahl zum Korrigieren verschicken. Fertig? Den Klick auf Abschicken. 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 Wie seemh? Halo.